Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, egal wo ihr seid, von wo ihr zuschaut, hier die buddhistische Tageskarte aus dem Flying Hearts Tarot. Was für eine schöne Tagesenergie haben wir heute und ich ziehe, hier habe ich sie, Luft 4, die Flying Hearts, das fliegende Herz persönlich, so geht es besser. Wie schön, mit dem Karoass, die Karo-Dame und das Karoass. Gut, jetzt schauen wir doch mal, was uns die Luft 4 sagen will. Luft 4, Flying Heart. Drei Frauen in einer, eine Frau in dreien. Im verflixten Spiel der Liebe ist allein Herzkönig Trumpf. Ding Dong Dang. Bevor du es merkst, ziehen dir diese Hexen den Teppich unter den Füßen weg. Karnevalsmeditation. Nur keine Panik. Schließ die Augen und lass dir Zeit. Und vor allem, entscheide dich nicht. Falls du am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen, aber ohne Erinnerung aufwachen solltest, kannst du dir sicher sein, dass irgendetwas schief gelaufen ist. Wunderbar, Lady in red. Ich wünsche euch einen großartig sonnigen, schönen Tag und Sat Nam. Wenn ihr das untertitelt bzw. Geek. Und wir können jetzt ja sein, sehr schaffen. Ich wünsche euch unscheinig.